Okay, das Teil macht seine Geräusche vor sich hin. Was ist das? Was besonderes? Nee, ne? Hier irgendwas. Becher, Schale, Buch. Anmerkung zur Phylogenese und Biologie der Rassen. Wiederherstellung verbessert. Supi. Uh, und es dauert nicht mehr lange, dann sind wir episch aufgestiegen. Amulett von Julianos steigert Magika um... Magika, was bin ich denn? Zauber? Achso, ich muss irgendwo... Was ich nochmal eben gucken wollte. Nein, die verbrochen... Rollen verbrochen keine Magika, oder? Ich probiere jetzt einfach mal eins aus. Einfach nur... Geiles Teil! Okay, die möchte ich jetzt nicht verschwendet haben, aber nein, sie brauchen keine Magika. Deswegen werde ich die auf jeden Fall auch noch dabei behalten, weil das ist ja schon ziemlich geil. Ich wusste gar nicht, wie heftig so ein Zauber sein kann, dass es hier so coole Teile gibt. Aber das Teil war ja schon echt funny. Funny wie funny. Raucht er? Der raucht. Ich versuche mich mal anzuschleichen. Ich brauche größte Reichweite. Okay, der hatte keinen Seelenstein dabei. Okay, weil ich meine, es ist mir natürlich klar, wenn die vorher hier gewesen sind, da können wir hoch. Ähm... Wenn die vorher hier gewesen sind, das eigentlich auch eigentlich alles ausgeschaltet sein müsste. Allerdings wäre das in anderen Höhlen theoretisch genauso gewesen. Aber da waren trotzdem dann auch immer Gegner. Da geht's runter. Kommen wir von da? Nee, ne? Da geht's runter, aber trotzdem möchte ich es einmal... Von da kommen wir so... Nee, von da. Ich bringe das Lexikon noch ab. So, jetzt gucken wir erst einmal, was da oben gibt. Oder sind die da von... Nee, da waren wir schon, oder? Oder kann man da gar nicht hoch? Das sieht aber so nach hoch gehen aus. War ich hier schon? Yo, ach stimmt, hier ist sie. Ja, ja, genau. Da ist das. Das hier ist so eine kleine Abkürzung dann zurück. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Okay, dann auf jeden Fall mal weiter die Richtung. Langer, langer Weg ist zu. Und ich traue nichts und niemandem. Nichts und niemandem. Hier in aber... ... ... ... ... ... Was kommt hier? Was passiert hier mit mir? Episch! Episch! Ui! Doch! Da ist noch einer! Kollege! Au! Was? Der bleibt auch stehen? Aber da habe ich das Regal hinten ausgewandt. Gewöhnlicher Rubin, Seelensteine, Zwergenöl. Immer dabei. Da ist eine Tür. Hier waren komische Geräusche. Erzeisen. Eisen, Erz nehmen wir mit. Altes Metall. Uh, doch, wir hatten doch... Ja, ja, genau. Wir hatten Taschengiebstahl getrainiert, ne? Ja, ja. Geht's hier gar nicht weiter? Da geht's weiter. Aber vorher muss ich einmal da reingucken. Was willst du hier? Verschwinden! Du kleine hässliche Zwergen! Du Schwinne! Niiiihihi! Das hast du davon. Seelenstein, winzig armseliger. Ja, war ja auch ein ganz schön armseliges Wichtchen. Adept! Natürlich! Nein! Ja! Läuft! Schlossknacken, auch noch verbessert! Wuhuu! Neue Stufe! Und da skillen wir. Skillen wir. Skillen wir. Skillen wir. Gesundheit, Ausdauer, Gesundheit, Ausdauer, Gesundheit, Ausdauer, Gesundheit, Ausdauer, Ausdauer. Ich möchte nämlich länger oder mehrere Stärken... Starke Schläge hintereinander machen können. Schmiedeskunst... Oh Gott! Schmiedekunst 33! Nein! Haben wir nicht gescaled. Ähm... Zwergische Schmiedekunst. Danach kommt erstmal Orkische. Dafür brauchen wir 50. Ebenerd-Schmiedekunst. Dafür brauchen wir 80. Und für die Tädrische 90. Und für Drachen 100. Nein! Da werden wir nicht mehr hinkommen. So viele Punkte habe ich überhaupt nicht. Ähm... Was haben wir hier denn? Äh... Äh... Rüstungsbonus. 50% weniger zurückstößen, wenn du ausschließlich... Ffff... Zusätzliche Rüstung... Wenn du passen... Neh... 10% des physischen Schadens werden auf den Griff elektiert. Äh... Nein. Nein. Was haben wir da hinten? Nein! Das meinte ich gar nicht. Das wollte ich. Kann Ork-Rüstung und Waffen in Schmieden herstellen und doppelt so effektiv machen? Ork-Rüstung. Ork-Rüstung. Warum denn du Ork-Rüstung? Äh... Dafür brauche ich 70. Hm. Hm. Was könnten wir... Könnten wir denn hier noch aufwärten? Nein, können wir auch nicht. Okay. Blocken... Was können wir denn schönes Blocken noch machen? Zeit verlangsamt sich, wenn du während eines mächtigen Angriffs blockst. Mächtiger Angriff. Du kannst einen mächtigen Gegenangriff durchführen. Wollen wir sowas mal machen? Das wäre auch mit Sicherheit ganz cool. Zweihändig... Einhändig. Haben wir noch... Kritischer Angriff. Du kannst beim Sprühen... Nein, nein, nein. Das will ich auch nicht. Lebender Schlag erst bei 100. Ansonsten können wir hier auch noch nichts machen. Doppelwirbel. Pfff... Gemetzel. Angriffe mit Kriegsexen haben wir auch nicht. Schießgunst? Nein. Leichte Rüstung? Nein. Schleichen? Schleichen? Du löst keine Druckplatten mehr aus. Deuchen. Verursert 15-fache das nochmal. Stille! Schattenkrieger. Nee. Schlossknacken sowieso nicht. Taschendiebstahl. Da will ich hin. Da will ich auf jeden Fall hin. Dazu müssen wir noch einmal Nachtdieb... Machen wir das jetzt? 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 Wir machen jetzt... Schießkunst einhändig. Nein. Blocken. Nein. Blocken. Lass das. Blocken. Blocken. Ja. Blocken. Schnelle Reflexe. Zeit verlangsamt sich, wenn du während eines mächtigen Angriffs blockst. Ja, aber was hab ich denn davon? Mächtiger Gegenangriff gefällt mir dann eigentlich schon viel besser. Tödlicher Gegenangriff. Elementarschutz. Auch sehr geil. Er fordert 50. Hm. Wir müssen mehr blocken. So. Aber weiter hier im Text. Zwergenstreitkolben. Braucht kein Mensch. Seelenstein nehmen wir natürlich mit. Zwergenhelden brauchen auch kein Mensch. Hallo. Sonst noch was hier? Was haben wir denn hier beschützt? Zwei Mumpitz. Ein Nuizentrüchen. Jawoll. Elfenstreitkolben des Abtrennens. Absorbiert 20 Magikarpunkte. Ach, kannst du mir gestohlen bleiben. Dafür wiegt zu viel. Drei Gold. Heiltränke nehmen wir lieber mit. Die komischen Dinger könnten mir gestohlen bleiben. Braucht doch niemand. Überall diese kaputten, auseinandergenommenen Zwergenspinnen. Was ist... Huch. Was hab ich denn jetzt mitgenommen? Also das macht mich grad... Das macht mich grad ein bisschen kirre hier. Wir kommen weg. Huch. Schlafen? Ihr habt gesagt, dass sie schlafen. Ich sag, dass sie würden warten. Scheinbar haben ein paar von ihnen auf jemanden gewartet. Der versucht das Lexikon zu nehmen. Oh oh. Toll. Oh oh. Also könnten die nachher dann doch alle wach sein, um uns den Rückweg zu erschweren? Oh oh. Ich hab grad ein jans mieses Gefühl. Ich hab ein jans mieses Gefühl. Oh oh. Ich versuch mal hier irgendwo noch dran zu ziehen. Nee, das geht aber. Ich versuch mir jetzt grad erst mal eben einmal einen Überblick zu verschaffen. Ach du Scheiße. Da liegen noch zwei von diesen fetten Dingern da, ne? Oh oh oh. Darf ich nur mal betonen, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Oh oh oh. Oralala. Ja, jetzt kann ich hier oben natürlich drumrum dackeln, aber... Komm hier hin. Ja, schieß ruhig gegen den Blumentopf. Ja, neben mich ist auch okay. Aber locken nicht die anderen an. Tu's nicht mehr. So, hier wird es versterben. Ah, jetzt kann ich nur Hand statt ein Schild machen. Sehr schön. So, jetzt nehme ich weiterhin noch Ruhe. Oh la la la. Soll ich da mal runter? Ich traue mich gerade gar nicht. Aber ich muss glaube ich da runter, oder? Ich gucke mal eben auf die Karte. Scheiße, ich muss da runter. Es geht unten weiter. Nein. Auf ins Getümmel. Schnell speichern. Und dann geht's los. Das war Nummer 1. Und dann schon. Ich muss mal eben kratten. Halt ran schlürfen. Heiler, 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 Heiler. Wow. Ich brauche aber ein ganzen Arschrollenfeilträger. UCLA düşünhet Ich bin allmächtig!